Guten Tag, liebe Zuschauer, ich möchte Sie heute herzlich einladen zum Seniorenresort Rosé in Jaströmbiagura, zu Gast, die Leiterin des Objektes, Monika Stefaniuk. Hallo Monika, kannst du mir bitte mehr das Haus Rosé beschreiben? Wir haben eine sehr gute Lage hier, das ist nur 60 Kilometer von Danzig entfernt, an der Ostseeküste und die Gegend ist sehr beliebt bei deutschen Touristen, seit Jahren eigentlich und wir haben entschieden unser Heim für deutsche Senioren auch anzubieten. Wir haben sehr gute Qualität hier, sehr hohe Qualität, wir sind sehr gut vorbereitet für Menschen mit verschiedenen Beschränkungen und Behinderungen. Hidka, du arbeitest an der Rezeption, beschreibe mir etwas mehr das Objekt. Ja genau, ich arbeite hier an der Rezeption und wir haben eine sehr große Anlage, sehr schöne, grüne, die in jeder Zeit gut zu spazieren ist. Unser Haus hat ungefähr circa 100 Plätze für die Senioren. Wir bieten Einzelzimmer sowie Doppelzimmer und drei Bettenzimmer. Die alle Zimmer sind gut ausgestattet. Wie? Wie ausgestattet? Jede Zimmer hat eine Toilette, gibt es ja auch Fernseher mit deutschen Fernsehprogrammen. Die Zimmer sind ziemlich groß und sehr gut ausgestattet. Wir haben auch hier im Haus eine Küche und Küchen, die jeden Tag frisch kochen. Wir bieten drei Mahlzeiten und zwischendurch auch Snacks sowie Pudding, Kaffee, Kuchen, Gemüse, Obst. Und die Anlage ist sehr groß, was ich gesehen habe. Was können Sie noch dem Klienten anbieten, außer diese Räumlichkeit? Also wir bieten auch verschiedene Therapie sowie Ergotherapie, Musiktherapie, Beschäftigungstherapie, Tanzen für unsere Senioren. Wir bieten ja auch verschiedene Ausflüge, zum Beispiel hier nach dem schönen Ostsee mit elektrischen Melexen. Hat das Haus auch Internetverbindung in jedem Zimmer? Ja, natürlich. Unser Haus hat auch Internetverbindung, ist überwacht 24 Stunden täglich. Also Leute mit Demenz, die werden auch hier sich sicher fühlen? Ja, natürlich. Die Leute werden sich auf jeden Fall hier sicher fühlen. Piotr, du bist von Deutschland mit deiner Frau gekommen, ja? Ja, stimmt. Meine Frau ist krank und ich habe gesucht lange Zeit ein gutes Seniorenhaus. Mit vollen Behandlungen. Behandlungen, ja. Und dann habe ich hier gefunden und ich glaube, dass es, ah, zurück nicht, ich glaube, ich bin sicher, das ist das beste Seniorenhaus im Norden. Und du kannst weiter empfehlen? Sicher. Monika, und besteht hier die Möglichkeit zu Probe wohnen? Ja klar, wir haben für die Unentschiedene auch Kurzaufenthalte in unserem Heim. Das ist eine super Idee. Für mehr Informationen möchte ich Sie einladen zu unserem Homepage www.polnischepflegeheime.de. Musik 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 Musik